Was haben Sie denn mit Ihren Haaren gemacht? Das sieht ja aus wie Ihre Perik! Danke! Das ist aber kein Perik! Das ist Ihre Mob! Ach was? Ihre Mob? Ach, jetzt herrlich! Haben Sie das noch nicht gehört? 3,95 Euro! Gleich in der mit dem Waschpulver! Ist ja herrlich! Ha! Ich wär ja verrückt, wenn ich da für 50 Euro zahle! Aber danke für's Kompliment! Was haben Sie denn mit Ihren Haaren gemacht? Das sieht ja aus wie Ihre Mob! Also, hauschen Sie mal, Sie haben aber einen Nerven! Das ist kein Mob, das ist aber Perik! Ach du meine Güte, Perik! Also wirklich, wissen Sie mal, was der Unterschied ist? Einen Mob kriechen Sie für 3,95 Euro! Gleich neben dem Seifelstand! Das hat 50 Euro gekostet! Also, Sie haben ja Nerven! Echt, muss ich sagen! Oh, weh! Bei dir geht's Trepperhaus nicht mehr ganz auf die Dachstube! Also, Sie haben ja noch nicht mehr ganz auf die Dachstube! Also, Sie haben ja noch nicht mehr ganz auf die Dachstube!